Hallo liebe YouTube-Fans und liebe Kirmes-Fans, wieder herzlich willkommen zu meinem nächsten Aufbau-Blog vom Erlager Berg 2019. Ich nehme euch wieder mit und schauen wir gleich mal, was alles da ist. Kommt gleich mal mit. So, von diesem Biergarten erstmal runter. So, da haben wir jetzt das Europarat von Kipp, auch noch nicht ganz fertig. So, da sind wir jetzt hier. Der Willis Mandeln ist schön da. Der Hotshot von Delle. Der Hotshot von Delle. So, dann geht es weiter. Aha, der Kunstmann ist da. Kunstmann, seine Wegen. Alles klar? Bestens. Dann passt's. Prima. 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 Der Aufbau-Block, wie immer. Dein Aufbau-Block? Und wo postest du denn das? YouTube. Immer. YouTube? Hast du ein neues Handy? Fräulei. Ein neues. Nimmst du das gerade auf? Der Aufbau-Block ist. Zweimal. Da oben, die Pause steht ja. So. Dann. Ja, Leute. Das war gerade der Louis Kunstmann, mit dem ich gleich gesprochen habe. Der Louis. Der Louis sagt jetzt doch da. Es geht schon weiter. Es geht schon weiter. So. Langsam nimmt es hier Fahrt an. Dann haben wir den Fischmanes da. Und auch hier haben wir den nächsten. Der Dinkel ist auch schon da. Ja, der Dinkel ist auch schon da. Guck, ob der schon seine Getränke hier drin hat. Dann ist der süße Bazaar-Shotto. Was haben wir noch? Jagdhütte. Umvorschießen und vorschießen. Ja, dann gehen wir weiter. Kostmann der Sack. So. 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 Der Dölle ist auch schon da, so langsam trudeln es alle ein, aus dem Erlanger Berg. Heidi ist zur Volksfestbar, ist auch schon da und hier haben wir die Bimmelbude, die Bimmelbude ist auch schon da, so ja das war wieder, ja Leute das war wieder ein Rundgang vom Erlanger Berg, ja wer uns gerade gestört hat, das war der Louis Kunstmann, Grüße Louis, wenn du mich siehst, Grüße auch an dich, war ein nettes Gespräch, naja und ein wenig verarscht hab ich dich, aber du verarscht mich auch, gell, freilich ein Spessler muss sein, gell, nimmst dich nicht so ernst, also alles Gute, der Kunstmann ist da, gell, ich mach dir noch ein Foto, der Kunstmann ist da, bis dann. Okay. Okay. Okay.